Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen ASMA-Meditation. Ich habe für Vor- und Nach-der-Meditation ein paar Haarbürstentrigger mitgebracht. Ich liebe das Geräusch von einem Tangle-Teaser. Und diese neue ASMA-Meditation, die ich ganz sanft sprechen werde, unterstützt dich dabei, Stress und negative Energien loszulassen und entspannter und ausgeglichener zu werden. Und damit du dich gut auf den Inhalt der Meditation konzentrieren kannst, werde ich während der Meditation nur diesen Trigger nutzen. Es ist völlig egal, ob du jemals schon mal meditiert hast oder nicht. Probier es heute einfach mal mit mir gemeinsam aus. Lass alle Vorurteile gegen das Meditieren los. Du musst nicht an nichts denken. Es ist einfach wichtig, sich darauf einzulassen, experimentierfreudig zu sein. Und dass du dich entspannen möchtest, ist ja klar, weil du dir gerade dieses ASMA-Video anschaust. Und dann versuch doch heute mal, die doppelte Portion Entspannung für dich zu bekommen. Lege oder setze dich bequem hin. Komme zur Ruhe und schließe deine Augen. Atme nun zu Beginn dreimal tief in den Bauch ein. Halte die Luft kurz an. Und atme lang wieder aus. Und noch ein drittes Mal tief in den Bauch ein. Und noch einmal tief in den Bauch einatmen. Die Luft kurz anhalten. Und lang wieder ausatmen. Der Atem unterstützt dich dabei, zu entspannen. Und noch ein drittes Mal tief in den Bauch einatmen. Und noch einmal tief in die Bauch einatmen. Und noch ein drittes Mal tief in den Bauch einatmen. Der Atem unterstützt dich dabei, zu entspannen. loszulassen und zur Ruhe zu kommen. Lasse deinen Atem nun wieder ganz normal fließen. Spüre, wie du mit jedem Ausatmen immer tiefer und tiefer in die Entspannung sinkst. Diese Meditation sorgt dafür, dass du dich ausgeglichen, ruhig und entspannt fühlst und stell dir nun vor, wie eine Welle der Entspannung durch deinen Körper fließt. Sie startet oben an deiner Stirn. Stell dir vor, wie die Welle der Entspannung über deine Stirn fließt, über deine Augen, deine Wangen und deinen Kiefer. Lass los und entspanne dich. Die Welle der Entspannung fließt nun über deinen Hals, in deinen Nacken und Schultern. Lass los, lass locker. Die Welle der Entspannung fließt in beide Arme bis in die Fingerspitzen hinein. Die Welle der Entspannung fließt durch deinen oberen Rücken, in deinen unteren Rücken. Die Welle der Entspannung fließt nun über deine Hüfte, in deine Oberschenkel, in deine Unterschenkel, in deine Unterschenkel, bis in deine Füße hinein. Gib dein ganzes Körpergewicht an die Unterlage ab und spüre einmal nach, wie ruhig und entspannt sich dein Körper nun anfühlt. Nimm noch einmal drei tiefe Atemzüge, um dich noch besser zu entspannen, um noch tiefer in die Entspannung zu sinken. Lass beim Ausatmen alles los, was dich belastet. Lass beim Ausatmen alles los, was du nicht mehr brauchst. Und stell dir nun vor deinem inneren Auge einen wunderschönen Ort vor. Einen Ort, an dem du dich wohlfühlst, an dem du dich sicher und geborgen fühlst. Das kann ein Ort sein, an dem du schon einmal warst, oder ein Ort aus deiner Fantasie. Vielleicht bist du am Strand, im Wald, an einem See oder auf einem Berg. Vielleicht bist du aber auch in einem Raum oder in einem Garten. Was siehst du an diesem wunderschönen Ort, wenn du dich umschaust? Was befindet sich in der Ferne? Was befindet sich ganz nah bei dir? Was kannst du riechen? Was kannst du hören? Nimm den Ort mit all deinen Sinnen wahr. Nimm diese wundervolle Energie deiner Umgebung in dich auf und fühle, wie jede Zelle deines Körpers von der Wärme und der Geborgenheit dieses Ortes erfüllt ist. Und wiederhole im Geist mit mir gemeinsam, Nun folgende Worte, während du an diesem wunderschönen Ort bist. Ich bin vollkommen sicher und geborgen. Alles ist gut. Ich bin vollkommen sicher und geborgen. Alles ist gut. Ich bin vollkommen sicher und geborgen. Alles ist gut. Und lass dich immer tiefer in die Entspannung sinken. Dein Atem fließt. Dein Atem fließt ganz ruhig und gleichmäßig. Ich bin vollkommen sicher und geborgen. Alles ist gut. Ich bin vollkommen sicher und geborgen. Alles ist gut. Ich bin vollkommen sicher und geborgen. Alles ist gut. Nun wird es Zeit ins Hier und Jetzt zurückzukehren. Erstens bedanke dich an deinem wundervollen Ort der Entspannung. Bedanke dich an deinem wundervollen Ort der Entspannung. verabschiede dich. Nimm die Unterlage wahr, auf der du sitzt oder liegst. Nimm den Raum um dich herum wieder wahr. Bewege deine Füße und bewege deine Hände. Strecke dich, wenn du magst. Und nun atme noch einmal tief in den Bauch ein. Nimm frische, neue Energie auf. Und beim Ausatmen öffnest du einfach wieder deine Augen. Wir kommen zurück. Möchtest du dich in deinem Alltag gerne weniger gestresst fühlen? Fühlst du dich oft unruhig, unzufrieden? Hast du das Gefühl, Superwoman sein zu müssen? Weißt du vielleicht, dass du dein Stresslevel senken solltest, aber du weißt einfach nicht wie? Dann lade ich dich ein zu meiner Mama Auszeit. Mach endlich Schluss mit dem Dauerstress, wie du als Mama ruhiger und geduldiger wirst. Diese Mama Auszeit findet am 6.7. um 20.30 Uhr live per Zoom statt und ist für dich natürlich vollkommen kostenlos. Du lernst, was Stress ist und was nicht. Du lernst, wie du besser mit dem Stress deines Mama-Alltags umgehen kannst und wie du und deine Kinder im Alltag leichter entstressen können. Das Ganze mit kleinen Übungen zum Mitmachen und direkten Tipps zum Umsetzen. Den Link zur Anmeldung für deine Mama Auszeit findest du in der Infobox dieses Videos. Ich danke dir sehr fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!